Hallo Freunde, wie ihr seht, bin ich wieder zu Hause und bin jetzt wieder voll hyped, wieder richtig loszulegen. Allerdings bin ich ab nächsten Mittwoch nochmal weg. Ja, ich fahr nächsten Mittwoch nochmal, was heißt nochmal, ich fahr nächsten Mittwoch nach Wacken. Ich meine nach WACKEN! Männlich! Männliche Männer und Heavy Metal! Ähm, das heißt, ich versuch genug vorzuproduzieren bis dahin. Allerdings kann ich das nur gewährleisten, indem ich jetzt ausschließlich Pitfall auf meinem Kanal bringe. Also jeden Tag nur eine Folge Pitfall, bis ich eben aus WACKEN wieder da bin. Danach wird es auch mit Rot weitergehen. Ich habe da noch ein kleines Projekt in der Hinterhand, was ich mir überlegt habe, will ich aber noch nicht spoilern, werdet ihr dann sehen. Also ab morgen jeden Tag eine Folge Pitfall, bis Sonntag in der Woche und dann geht es regulär weiter. Das wollte ich nochmal loswerden, ganz schnell, ganz kurz. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns morgen dann wieder im Dschungel. Bis dahin. Ciao, ciao.